Hab ich gerade geguckt? Da geh mir mal schnell rüber, komm mit! Ich pack mich aus und dann gehen wir mal schnell rüber! Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii três... Was ist das eigentlich? Ich nehm jetzt Wasser einmal mit. Ich geh nich mal... Das ist was mich immer drüben... Wasser einmal kannst du knicken! Die... dich verbrennt drüben immer? Das Feuer macht mich tot da drüben! Nicht anders! Das kannst du da drüben knicken! Du kannst den Einmal Wasser mitnehmen, aber das wird dir nie helfen. Warum? Weil wir in der Hölle sind! Das verdunst du doch nie! Nimm es rüber und kipp es aus, wenn du es mir nicht glaubst. Ja, fäng dann immer Wasser mit, bitte. Wart's ab. Hier ist ein Wasser. Habe ich sogar einstecken. Ey, Dirk, mach dich aber leer. Dirk, mach dich aber. Du sollst nichts mitnehmen. Wir tun ja gleich hier vorne das Sand da wegmachen. Willst du auch hinlatschen dafür? Nein, aber nimm trotzdem nichts mit. Halt, du bleibst hier. Nimmst du... Nimmst du... Ich nehm nicht mit, hast du gesagt. Du brauchst noch aufsteigen. Ich nehm eh mal mit. Du bist auf, du bist auf, hier ist es. Matthias. Hier ist er. Kannst du mal nachdenken? Ich verdreck mich ja, ich drehe halt durch. Svenny, wo bist du denn? Ich hab ja mit einem Problem. Ich auch, ich hab ja mit einem extremen Ruckler hier drinne. Wir haben trotzdem ein Problem. Warum hast du denn Ruckler? Und das kann? Ah, das ist furchtbar. Irgendwie hängt hier gerade alles von mir. Mach mal kurz Pause. Was? Drück jetzt. Ja. Gut. Gut, Krabbelstone holen gehen. Hier hinten, Dirk. Du nimmst dir... Welche Kiste, ist egal welche hier oben oder was. Oben, rechts, links, hä? Was ist das denn, meinst du jetzt? Ja, ja. Ähm, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben sollten reichen. Du nimmst dir auch nochmal welche mit? Ich hab glaube ich 20. 20 Stacks? Nein, ich hab auch vier oder fünf oder so. Na ja, siehste. Also, geh mal hoch. Da hat's das Geist drin. Na, hab ich schon gekillt. Ich hab kein Schwert. Also, Dirk, du musst mich beschützen. Oh Gott, das geht schief. Wir brecken eh nen Wetter. Das ist so... Warte, dann muss ich mir jetzt extra noch ein Schwert mitnehmen. Was machen die Warzen überhaupt hier? Wachsen? Was für was? Um Heiltränke, um Feuertränke oder so'n Scheiß zu machen? Das, das was ich gut kann? Nee, ich tue doch nie aus Warzen Heiltränke trinken. Oh Gott. Sind die schon ausgewachsen, oder? Lass die stellen. Ich hab's aber abgehauen. Dann pflanz's neu an. Ist aber verloren gegangen. Ist ein Lava geflogen. Oh Gott. Ey, du? Dirk? Ja. Gar nicht mal so ne dumme Idee. Warte, mit dem Lager schmeißen? Nee, wir nehmen Lava mit. Matheo zu. Warum? Komm, Dirk. Komm, komm, Dirk. Komm, Dirk, wir sehen uns auf der anderen Seite. Nee. Ich bin auf der anderen Seite. Wo bist du? Hast du denn einen Laser-Tank mitgenommen? Nee. Dirk, ich bin hier. Ich seh dich, Dirk. Ich seh dich, Dirk. Ich seh dich, Dirk. Ich seh euch lieb. Dirk, Dirk, wo stellen wir das Haus hin? Wo seid ihr? Wir sind hier. Sven ist schon unsichtbar. Ja, Sven, wir sind hier. Ja, ich spiel hier alleine her. Warte mal. Dirk? Sven läuft in diese komische orange Flüssigkeit rein. Ah, ah, ah. Du, 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 du wirst schon, dass Dirk nie mitgekommen ist, Sven. Ich bin wieder hoch. Ähm. Mach einfach weiter. Wie groß willst du das Haus machen? Mach erstmal weiter. Wir müssen erstmal eine gerade Fläche machen hier. Gefällt es euch ja nicht immer, wa? Weiter in dein Haus. Woanders. Richtig. Mach einfach weiter, mach einfach weiter, mach einfach weiter. Wir brauchen. Ähm, da brauchen wir ja eigentlich auch ein Schnuffi. Was für ein Ding? Ein Schnuffi hinten bis zur Labern, oh? Was ist denn ein Schnuffi? Na, so ein Rüsselteil, wo du das absaugst. Da rede ich von der Bremse. Ja, genau. Rüsselteil, oh. Wieso machst du das so groß? Ich denke, ich soll hier nur gerade Fläche machen. Ja, warum denn so groß? Du brauchst einfach nur hier runter gehen, hier rein und dann bist du schon... Na, egal. So. Hm, ja, hier noch. Ich hab jetzt 58 Steine, können wir jetzt wieder gehen? Nein. Jetzt sein, Mann und... Willst du das jetzt erfüllt komplett oder willst du das so lassen? Na, das soll ein Haus werden. Na, gefüllt jetzt. Das soll ein Fußbrunnen sein, ne? Warum füllst denn du das? Ich hab dich gerade gefragt und du... Das soll ein Haus werden, hab ich gesagt. Ein Haus hat vier Wände und kein... Ja, das ist aber der Fußboden. Hast du doch in Rot. Nee, das heißt nicht. Der wappelt so komisch. Denk ich dir auch noch gut. Was ist was? So. Dirk, hast du so ein Pumpenteil, Schnuffi, mit? Meinst du ein Pump oder ein Rüsselmotor? Dann tun wir hier durch. Und weh, du machst das Loch zu. Ach so. Das kaust du mit deinen Zähnen ab. Das ist wieder mal ein Loch. Das kaust du mit deinen Zähnen auf. Hier ist ein Schleim. Das bringt Magma. Die lassen keine Magma fallen. Dirk. Machen sie auch nie. Doch, eigentlich schon. Magma-Creme. Du musst dich da durchgegangen. Haben wir keinen. Ich hab dort hinten das Loch dafür gelassen, du Bob. Wir kommen da durch einmal ein Loch, Donnie, durch. Du bist witzig. Oh, Dirk. Dort sollte der Schnuffi sein. Für das, für das, für das, für das Lavagelumpe. Wie, wie komm ich da durch? Dort soll das, dort soll, dort soll, ähm, ähm, äh, die Rohre, wo die Lava reingesaugt wird, soll dort rein. Wie, wie komm ich denn jetzt hier hoch? Wer hat ein Treppen passt? Du gehst durch das, du gehst durch das Portal durch. So wie ich's gemacht habe. Durchrennen, oder was? Natürlich, du musst nicht stehen bleiben. Es wird dunkel, oder? Ja. Hier, hier auch? Ach, das ist täuscht. Doch, es ist dunkel, ja. Dunkelklapp noch oben. Echt? Also höher müssen wir es nie machen, oder? Nö. Oder doch, warte, wir machen das hier so hoch, wie das Neta-Portal ist. Wurde ich sagen. Und dann zumachen. Oh nein, das Haus brennt. Ja, schon wieder? Zu viele Fackeln. Und jetzt hast du ja Leuchtung gekriegt, ja? Dein Zimmer, ja. Cool. Mach zu. Oder machen wir hier doch noch ne Tür rein, Dirk? Äh, eigentlich könnte man's machen. Hast du Hölz oder sowas mit? Nee, hast du ja gesagt, das brennt. Dann nimm mal den Stahl. Oh, was hier ist für so ein Queechy-Vieh, was ihn abschießt? Wo denn? Ich hab's gehört, diese fliegende Viecher, die um... Um, 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 dicker ist's. Ah, ich hab's auch gehört. Ähm, Dirk, da gehen wir mal kurz zurück, wa? Ja. Oder du, oder, oder, du bleibst hier. Ähm, Dirk? Dirk, kommst du? Ich seh' nicht, soll ich hierbleiben? So, so, renne, 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 renne. Was ist denn hier los? Was brennt alles? Ich will, okay, komm ich nie zurück. Warum, warum hast du das hier abgefackelt? Wer hat was abgefackelt, will ich sehen. Ich komm zurück. Ähm, was nimm er denn? Ach, wir haben Kopperkiste. Nimm er zwei Kopperkisten mit? Ähm, Eisen, 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 Eisen. Was ist hier abgefackelt? Nichts. Achso, ich hab jetzt hier 58 solche roten Steine. Tu die schon mal brennen. Und du könntest mal nen Hebel suchen. Wie nen Hebel? Nein, Hebel. Hebel können wir doch schnell machen. Äh, die gehen da, wo die suchen können. Äh, die müssen wir irgendwo haben. Die müssen wir irgendwo haben. Macht man das aus in der Elektrik-Fundanze? Das geht nämlich nie. Was machen wir das bis? Was denn? Ja, diesen Steinbrenn. Aber Schrauben liegt dran. Normalerweise schon. Ich geh mal auf den ersten. Hier hab ich oben was reingetan. Ach, das geht nicht. Das nächste Stein, da hab ich auch noch nie hingekriegt. Doch, doch. Aber drinnen steht jetzt ein Rezept, dass du das machen kannst. No. Normalerweise geht das. Warte mal, netter Brück. Mach das mal im Holzofen. Mach mal in den Holzofen. Weiß ich nicht. Was haben wir denn immer so viel veraltet? Wie bitte? So veraltet haben wir denn immer. Du, Erspieler. Hat man kein Labelala-Filee? Hat man eigentlich ganz viel. Dirk, ich geh nochmal rüber. Ja, ich muss auch rüber. Ich muss ja in den Keller gucken wie in den Ofen. Ich meinte rüber in den Netter. Ja, geh nochmal rüber. Was machst du? Ich will erstmal brennen hier, das Zeug ist schon. Stimmt, Edelsteine. Stimmt. Nö, das geht unten. Dirk. Ja. Wir haben das Haus auf die falsche Seite gebaut. Warum? Wir kommen auf der falschen Seite raus. Echt? Da muss man andersrum reingehen. Das sind diese Schlimmen. Hops. Hier kommt die Tür rein. Das geht nicht, das Netterbrick. Kann man nicht erst denn so. Doch, muss eigentlich gehen. Eigentlich schon, Dirk. Weil es jetzt geguckt. Glaube ich nicht. Lass mich noch das Rezept mal sehen. Wo geht das jetzt? Ach, Dirk. Wir brauchen einen zweiten Hebel. Ich habe das Ende mitgebracht. Ach so, wir brauchen Induktionsschmelzer. Einen Kompressor. Ne, einen Kompressor brauchen wir dazu. Haben wir einen Kompressor? Normalerweise im normalen Minecraft kannst du das brennen. Ja, mit einem Kompressor geht das. Nein, ohne Kompressor. Im normalen Ofen. Mit Holz und mit Kräule. Kannst du das eigentlich brennen? Aus drei Nettersteinen kriegst du ein netter Ziegel aus dem Kompressor. Normalerweise, wenn du, wie gesagt, im normalen Minecraft, wenn du da machst, dann... Wer hat nur einen Kompressor gehabt? Kannst du uns zu ens brennen? Ja, ich habe gerade kommen. Kompressor, sagt mir was. Signalität-Kompressor. Ja, den hatte ich mal gebraucht. Ich könnte auf die Schnelle... Ach, da fehlt mir jetzt das Chip. Warte, wir hatten da mal einen eingebaut gehabt. Ich könnte ihn ganz schnell mal auf den Kompressor bauen. Ja, das wäre natürlich schlecht. Wenn du das krimkriegst, ja. Warum nicht? Ähm, ja. Aber ich war mir gewiss, dass wir unbedingt hatten. Guck mal bei elektrohütigen Geräten nach. Wir haben echt ein Problem. Maschine. Maserato haben wir einen Haufen. Zwei Öfen. Weil ich weiß, ich habe ihn gebastelt gehabt, ne? Aber jetzt kennen wir mal. Was kann sein, dass ich zu einer anderen Maschine gemacht habe? Könntest du mir einen Gefallen tun? Was? Könntest du mir einen Gefallen tun? Was? Ach so, was hast du gefragt? Ähm, den French hast du denn zufällig noch? Schon eingelagert. Wo denn? Oh, komm, Leier. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Klasse. Kompressor, Kompressor. Das war das falsche. Tolle Wurst. Eisen, Stein, Pflaster. Ach, hier hast du ihn im French. Wo willst du denn den haben? Wenn ich das habe, brauche ich Steine. Sechs Stück. Hier fällt Kupfer raus, oder sowas. Aufsammeln. Ja, die Kiste ist voll, die hier. Wo denn? Eisen. Hier. Wo ich gerade stehe, hier. Komm her, zwei. Wo denn? Ich bin unter, ich bin hier unten. Ist es hier? Nee, das ist die Kiste, die ist hier wieder hier. Die hier. Diese Raten, die haben spät. Ja, genau, die hier. Die hier.